Willkommen zum Epoch Times Podcast Nr. 308 mit dem Thema Münchner Anwalt bringt Corona-Maßnahmen zu Fall. Ich lasse mich nicht von Söder daheim einsperren. Ein Artikel von Reinhard Werner vom 20. Oktober 2020. Seit Verhängung der ersten Corona-Maßnahmen haben Juristen in vielen Fällen erfolgreich gegen die Verordnungen geklagt. Allein der Münchner Anwalt Stefan Vielmeier brachte mehrere davon zur Strecke, unter anderem ein Alkoholverbot. Er fordert besser abgewogene Pandemie-Maßnahmen. Der Münchner Anwalt Stefan Vielmeier droht für die Exekutive in Bayern, zum Schreckgespenst in der Corona-Krise zu werden. Der Wirtschaftsanwalt ist nach der Verhängung der ersten Beschränkungen zur Pandemie-Bekämpfung in mehreren Fällen vor Gericht gezogen und hat damit Erfolg gehabt. Unter anderem hat Vielmeier ein auf das Infektionsschutzgesetz gestütztes stadtweites Verbot des Alkoholkonsums zu Fall gebracht. Corona rechtfertigt keine Blanko-Ermächtigung Vielmeier hat nun in einem ausführlichen Interview mit der Welt über seine Motivation gesprochen, die Maßnahmen der Regierung Söder immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Dazu erklärte der Anwalt, dass die seuchenpolizeiliche Generalklausel des Infektionsschutzgesetzes normalerweise zur akuten Gefahrenabwehr gedacht ist. Folglich, wenn es darum geht, einen akut an Ebola-Erkrankten auf dem Münchner Flughafen aus dem Verkehr zu ziehen. Für Dauerzustände wie bei der Corona-Pandemie gelten hingegen andere Maßstäbe. Hier muss, so der Anwalt, eine Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit erfolgen. Beispielsweise, wenn es um Beschränkungen des Rechts junger Menschen geht, Bildungseinrichtungen zu besuchen oder um die Rechte von Selbstständigen. Solche Grundsatzfragen muss der Gesetzgeber selbst entscheiden, so Vielmeier, und darf der Exekutive nicht über die seuchenpolizeiliche Generalklausel einem Blankoscheck ausstellen. Anwalt Vielmeier. Es fehlt jedes Gesamtkonzept. Vielmeier kritisiert das stadtweite Alkoholverbot in München als unzulässig. Ein einsames, nächtliches Bier in den Isarauern gefährdet höchstens meine Leber, aber nicht den Infektionsschutz. Umgekehrt durfte der Spezietrinker und Shisha-Raucher weiter sitzen bleiben. Das passt hinten und vorne nicht, da fehlt jedes Gesamtkonzept. Auch die ersten Demonstrationen in Bayern vor Ostern und das Ende der Ausgangssperre verdanken die Teilnehmer Stefan Vielmeier. Das war ihm ein besonders wichtiges Anliegen, erklärt er gegenüber der Zeitung. Ich lasse mich nicht von Markus Söder daheim einsperren. Weder Verharmlosung noch Alarmismus angesagt. Von sogenannten Corona-Leugnern will sich der Anwalt ebenso wenig vereinnahmen lassen, wie er alarmistischen Epidemiologen freie Hand lassen will. Er fordert ein moderates und abwägendes Herantreten an die Herausforderung und gibt zu bedenken, dass nach dem Grundgesetz nicht der maximale, sondern der bestmögliche Infektionsschutz vorgesehen sein muss. Mit der erzieherischen Symbolpolitik werde damit nicht Genüge getan. Mit diesen würde man nur mit atypischen Maßnahmen den Menschen eigentlich erlaubte Tätigkeiten verleiden. Ein Beispiel seien die Beherbergungsverbote, die erlassen worden seien, ohne dass der Staat, geschweige denn das Robert-Koch-Institut, dieses überhaupt für gefährlich halte. Hier soll in Wahrheit Reisen erschwert und vermiest werden, ohne das unmittelbar anzuordnen, sagt der Anwalt. Maßstäbe strenger geworden. Maskenpflicht, Abstandsregeln oder Besuchsverbote hingegen sind gerichtsfester, weil hier ein bestimmtes Verhalten, das man erreichen oder unterbinden will, unmittelbar reguliert wird und das RKI die Maßnahmen befürwortet, so vielmeier. Auch hier sei jedoch eine Verhältnismäßigkeitsabwägung vorzunehmen. So ist eine Maskenpflicht im Freien, in der Fußgängerzone anders zu beurteilen als eine stadtweite Vorschrift dieser Art. Dass die Justiz zu Beginn der Maßnahmen großzügiger war, weil man bei geringem Erkenntnisstand schnell handeln musste, ist nachvollziehbar, so vielmeier. Mittlerweile würden Gerichte allerdings einen deutlich strengeren Maßstab bei der Prüfung von Corona-Maßnahmen anlegen. Dieser ist, so der Anwalt, auch berechtigt, da die Regelungen immer kleinteiliger werden, kein Gesamtkonzept erkennbar ist und auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse diesen zugrunde liegen. Und hier eine Buchempfehlung von Epoch Times. Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er, verborgen oder offen, auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit. Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen. Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich, einer zehrenden Krankheit gleich, an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke. In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten Retter, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung, grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Jetzt bestellen! Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Onlineshop. Wie der Teufel die Welt beherrscht, untersucht auf insgesamt 1.008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Die Autoren analysieren, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat. Gewundenes Buch, alle drei Bände für 50,50 Euro, kostenloser Versand innerhalb Deutschlands. Hörbuch und E-Book um 43 Euro. Weitere Bestellmöglichkeiten bei Amazon.de oder shop.epochtimes.de sowie E-Mail unter bücher-at-epoch-times.de Das Hörbuch gibt es zudem auf allen gängigen Streaming-Plattformen zum Download, wie iTunes, Google Play, Spotify sowie Audible etc. Etc. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich